Du hast Covid, musst du zur Arbeit kommen? Seit August gibt es in Österreich keine Quarantäne mehr für Covid-Positive. Stattdessen gilt eine sogenannte Verkehrsbeschränkung. Das heißt, dass du rausgehen darfst, aber außerhalb deiner Wohnung und somit auch im Job Maske tragen musst. Bist du vom Arzt krankgeschrieben, dann musst du natürlich nicht arbeiten, auch nicht im Homeoffice. Du kannst dich jetzt wieder telefonisch beim Arzt krank melden. Hast du keine Symptome, dann bist du normalerweise arbeitsfähig. Wenn du aber aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kannst oder du einen Job hast, den du mit Maske nicht ausüben kannst, muss dein Chef ganz strenge Schutzmaßnahmen einhalten, sonst darfst du nicht eingesetzt werden. Als Musikerin zum Beispiel. Weil die neue Covid-Verordnung viele Ausnahmen und Sonderfälle enthält, können wir in diesem Video nicht jedes Detail erklären. Auf jobundcorona.at findest du alle wichtigen Infos.